so eine neue runde auf miramara und wir springen mal wieder ans ende der welt weil ich erst mal in ruhe looten will heute ganz gemütlich in ruhe looten auch wenn der loot scheiße ist hauptsache mal in ruhe wahrscheinlich kommen 1000 Leute mit wenn ich das so sage deswegen springen wir hier wie gesagt ans ende der welt oh guck mal da ist noch was dann gehe ich erstmal da oben hin und dann da unten hin und dann habe ich wirklich wenigstens eine waffe hoffentlich habe ich wenigstens eine waffe dann schon wieder völlig die orientierung verloren ich glaube es sieht irgendwie nicht mehr so gut aus das spiel kann es sein ich habe es dieses nvidia zeug mal installiert aber irgendwie texturen sind voll komisch oder die jacke guck mal sieht voll billow aus so also eine waffe habe ich noch nicht doch ich habe noch rede habe ich hier alles ja voll grisselig alles irgendwie sieht es komisch aus ich wollte eigentlich nur die fps-zahl einblenden jetzt musste ich mir so ein g-force experience installieren jetzt habe ich hier alles mögliche keine ahnung was ich alles machen kann obwohl ich nur meine fps-zahl wissen weißt du diese moderne technik furchtbar so was haben wir hier eine m4 das ist doch mal was das ist doch mal eigentlich eine ganz schöne sache ja alles noch ah ja gut was lief hier noch ein laseraufsatz immer mit auch wenn ich die dinge eigentlich nicht so gerne mag man weiß ja nie aber das magazin für mp immer auch mal lieber mit ich muss wieder ans ende der welt kann sein sowas ist hier glock systemal 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 so dann haben wir noch ein rotpunkt nice und ak haben wir hier auch noch was habe ich jetzt kommen ja zwei wollen ich jetzt guck 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 Was haben wir denn hier alles, eine Vektor? Ne, komm ich bleib bei der AK und der M4, das andere wäre glaube ich blöd. Was ist denn hier? 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 Hä? So, wo ist denn hier bitte jetzt mein Fahrzeug? Wie weit muss ich denn eigentlich? Ah, es geht einigermaßen, es geht, aber mit Fahrzeug wäre es geiler. Das krisselt total. Ich muss mal gucken, ob der irgendwas in den Einstellungen ist verdreht. Ich mache positiv, dass ich eins finde, also gehe ich nochmal kurz hier durch. Oh ja. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was liegt denn hier alles? Das hätte ich jetzt beinahe über Seehilden. Oh, zu wenig Platz. Dann kann man das erstmal loswerden, würde ich sagen. Zu wenig Platz. Ne. Ja, lieber eine Splittergranate mehr, würde ich sagen. Okay. 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 Da. Äh. Ja. Kann ich mir was gesehen? Offenbar nicht. Is this bait? Am I baited? 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 Vielen Dank. Tür ist offen nicht. 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 Tür ist offen. Oh! 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 Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ich hab grad völlig den Überblick verloren, ne? Ich weiß nicht, wo wer ist. Oder wer wo ist. Alter. Oh, alter. Ach nein! Nein, das war so ein schönes Spiel.